hey und willkommen zu einer weiteren folge von rocket league kleine info vorweg es ist ziemlich spät am abend und ja wir sind beide so eingestellt auf chillige runden also nicht wundern falls wir nicht so perfekt sind on point natürlich wieder mit dem flo hallo ich habe so wie dann an das auch noch mal warum an der schaden aber der war es war keine schlechte vorlage kann man nicht mehr kann wenn man nicht mehr kann es liegt warum mehr sich wenn sich es geht sich nicht voll gut weiter und ich den wir auf das ist das das geht an den einen ein oder um die geistes kommen Terry eine vorlage für die aber sind so kracht ho 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 reaktionen sind auch in dem ms im ms ich merke schon ich kümmer mich um die abwehr ich kann hier vorne alles allein regeln richtig tipptopp und beide voll drauf oder naja dich geprägt auch scheiße ich habe ihn verfehlt er fährt rückwärts mach 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 als ob nein er hat ihn einfach selbst drauf warte ich hätte ihn fast selbst rein er hat ihn einfach gerettet alter er ist mein champion für heute ich werde ihn aber fast gegen mich ja und so dass ich ihn rein habe ich hätte ihn jetzt eigentlich klauen können aber wollte ich nicht das war übelst nett von ihm ach ja also es war ziemlich knapp aber gut der wässer ich für einen ja ob und zu richten aber der meinte fliegt dahinter ja natürlich erkennt er nix ich muss ja auch mal unter beweis stellen dass ich irgendwas kann du hast denen eine absolut gute vorlage gegeben und ich bin eine vorstelle wir haben gerade Lack des Todes alter ohne k naja wenn man schon nicht gut spielen kann weil es spät abends ist dann wenigstens Glück haben die haben ihn noch abgefälscht aber dadurch wäre er echt fast in den Winkel was wir brauchen sie du bist nur ach du stehst hier natürlich bin Alter die hatten glaube ich schon 500 lass mal danke mach eine Vorlage schade mein Auto ist so flach Alter es funktioniert doch gar nichts nein der geht oh oh alles knapp was für eine Parade ja dankeschön dumm 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 ich weiß das war sexy nur wenn die einen Eigentor machen dann die Flieger nicht weil es voll am Ball vorbei Alter ja wenn die ein Eigentor noch machen dann läuft die irgendwie echt aus mein Buch scheiße ich war so zwei Zentimeter unter dem Ball ich meine das können so gut die sind eigentlich auch wir sein aber wow ich bin Champion ja hab schon gesehen abfälscher 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 was abfälscher ja das ist dann noch nie jemand gehört so ein Wort Alter das ist so mit dir falsch Junge er war halt einfach nicht zu schnell ja ich habe ihm richtig nicht hofer gegeben und der Gäste wieder fast innen Kronen ein oder geht es nicht und er geht nicht doch nein Gott sieht die Karte Alter wir fahren auch beide irgendwann nein ich bin drüber geflogen wie schafft man das ey ihr meint das Spiel schon wieder alter ja eigentlich hätten wir das schon lange verloren ja ich sag ja immer auf Drogo ne den Ball ignodier ich noch mal mach 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 er ignodiert den Ball halt echt er geht also mein Gott also ich will ja jetzt nichts sagen ne also wir sind manchmal auch nicht besser ne aber ja guck mal wie die beide so schön vorbeifliegen erstmal bumm ich wollte jetzt schein mir tut mir leid aber mach ich doch nicht seh ich nicht mehr ach ja jetzt gar nicht mit Doppeljump reingegangen was ist jetzt passiert das ist meine Schuld ich bin top ich habe irgendwie mit dem Controller nachher guck sieste ich bin irgendwie nach rechts geflogen ne links ist das egal Ehrentreffer für die na das ist ja auch mal freuen können ja nach so vielen Chancen nach so vielen Chancen wir sind so schlecht gar also ich find's cool ich mein die sind halt noch schlechter ist das Ding nach ok was machst du denn was soll ich machen ich bin kurz zum Nito fahren ne genau und was machst du wenn man Torwart ist gleich am Anfang immer im Tor bleiben Nini drohen ich hab deswegen ne ich hab der 3 gegen 3 gespielt ne und immer ich sag so ich verteidige er fahr zum Turbo Tor ja das war blöd wo bist du denn ich seh dich einfach nicht Tor noll und ich mach ein Tor ich hab schon was hab ich gar gedrückt alter was ja das ist denn ich hab mich so voll zurück ich mach ein Tor komm 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 ich voll zurückgebaut ich mach ein Tor ja der wär der wär der wär so drin ja ok nächste Runde vielleicht ne schöne so nächste Runde 2 der ist am Start das witzige ist auch wir haben gerade überlegt ob wir überhaupt aufnehmen sollen ne oder einfach nur so ein bisschen zocken weiß eben und dann dachten wir kommen wir nehmen einfach mal auf und auch die erste Runde war direkt mal nicht schlecht ne und der geht jetzt glaube ich rein ne ja locker locker easy sind übrigens zwei Veteraner also wir müssen uns wirklich anstrengen schon mal gut dass wir führen ja am Anfang hast du das gesehen der hat voll den Ball verkackt der hat ein freies Tor ich dachte schon so uh ich bleib hinten sauber ELA schon mal von denen die gehen beide drauf deswegen mache ich jetzt eine Vorlage für dich hm ich bin irgendwie auch mit auf dem Ball gesprungen oh nö oh nö mach 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 scheiße ach wie knapp der war hat übel sie gute Vorlage ich hab den sogar fast reingemacht ich hab mich selbst gewundert ich hab ihn irgendwie berührt das hat die sicherlich verwirrt ich bin da schon mal irgendwas mach mal Vorlage versuch mal ja ich probier ok er macht ihn weg so wie letztens meine Vorlage ja das war ja nicht meine Erde ja ich weiß aber es war so wie meine du denkst du voll die gute Vorlage verraten die Schuhe ja nein er hat ihn noch vor mir getroffen diese kleine Pimpf dauer aber sie wollen wir machen was soll ich machen ohne zu machen nicht vor der Welt ist einfach nur gegen die Wand fahren müssen und dann hätte ich ein Tor wohl an es ist doch scheißegal einfach gegen die Wand fahren müssen dann bauen sie zurück dann kommt eine Vorlage für mich und ich hätte den Ball doch nicht berühren aber noch gar Amenakar lol jetzt trollt mich doch wir müssen die Wolle das Ding war halt ich hab damit gerechnet dass er hier trifft und ich hab dann extra auf Buß gegeben und dann fahren alle vorbei ich wusste gar nicht mehr was ich machen soll damit ich den irgendwie ins Tor rein krieg der war eigentlich gestanden der Ball oder die Treffen denn ja das Ding war ich dachte ich dass er voll mit Schwung jetzt kommen weil der anderen trifft und da war ich voll verwirrt ja ich war auch verwirrt ich denke mir so warum bleibt jetzt stehen na ich fliegt 8 Meter drüber da steht die Physik gerade nicht scheiße der geht ja was eigentlich ich mache den Tor ja der ist halt so abgebaut dass er eigentlich ihn safe hätte reinmachen können Vorlage glaube ich alter ist aber da die Vorlage die sind beide da gewesen ich habe immer Angst aufzufahren dann werden ihn ab so dass er bei uns dann im Tor lande haha ja ich kenne den Moment ich nicht nein mach ihn den haue ich rein wer kann es halt echt verfehlt jetzt hat nochmal verfehlt nein jetzt hat er mir abgewehrt und ich hätte eine kleine Klinik Alter wein gleich ja Angst komm jetzt mach 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 die treffen mich halt auch nicht die verwirren mich so hart die sie sind die zwei kleine die 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 füllen sich selbst aus oder mach mach Gott und dann kommt sowas mal ich trifft den Ball nicht Junge, ihr verwirrt mich alle so hart, ne. Ich denke immer, okay, ich rechne jetzt damit, dass er ihn trifft und dann trifft er ihn doch nicht und dann muss ich wieder anders fahren. Was ist denn das für Wetter warm, ne? Ja, wie ich, noch schlechter. Nein, er hat ihn getroffen vor mir. Ah, guck mal, wir haben die ersten... Nein! Das ist mein Tor! Der geht nicht. Huh, knappe Sache. Der hat auf mein Deck geschossen. Nein, weg. Danke. Danke, dass du nicht durchlaust. Das ist zweimal in der anderen Danke gesagt. Einmal war es richtig, einmal war es... Ja, Junge! Der fährt einfach nicht rein. Ich weiß gar nicht, was ich mach, du, ey. Also ich hol mir gerade nicht so. Oh, Lage? Total. Hm, top. Du musst jetzt da irgendwo hinmachen. Oh mein... Pfff! Was passiert dir gerade? Sie schaffen dies, nicht ein Tor zu machen. Vorlage? Lass, 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 lass. Boom! Hahaha! Die haben mich einfach wieder beide verfehlt. Also ich spiele echt nicht gut, muss ich sagen. Ich spiele gerade nicht gut. Was? Du auch nicht ganz so gut. Aber was die machen, das ist echt nicht zu toppen. Hey, ich bin super. Ich fang gar nicht. Ja, die haben schon aufgefallen. Ohne einen Doppeljump machen müssen, dann hättest du ihn über die drüber gebauenst. Au, aua, aaaah. Ich hab ihn outplayt, easy. Ja, lass mich doch auch mal Tore machen, wenn ich nicht. Ja, wir sind so voll eingebaut. Hahaha, das ist... Lass mich doch auch mal Tore machen. Go, ich bin voll outplayt, das war richtiges Kielig. Das war ausnahmsweise mal gut. Ausnahmsweise. Achtung. Die bekommen kein Tor. Jetzt mache ich ein Tor. Gewäcker. Vorlage oder Tor. Ja, Top. Vorlage. 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 Ich bin immer Vorlage, war der ich mal ausnahm Vorlage. Rutschein, nein. Ich will es unten durch. Nee, doch nicht. Ja, alles kann es zu tun. Nein, ich bin Flo. Ach, über den drüber. Nochmal, nochmal, nochmal. Ach, der war drin. Den hättest du so reingeballert. So, wir haben zwei Runden gespielt, zwei gewonnen. Das ist eine gute Folge, würde ich sagen. Lasst die Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, schaltet den nächsten Sommer wieder ein. Haut rein, bis dahin. Und ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.